Musik Mitten im Herzen von München, der MTV, einer der Mitgliederstärksten Sportvereine in ganz Bayern. Das Sportzentrum mit seiner denkmalgeschützten Halle bietet ein besonderes Flair. Das Ambiente, die Halle, die wir haben, das ist eine einzigartige Sache in unserer Region. In komplett Oberbayern haben wir sowas sonst überhaupt nicht zu bieten. Musik Ich war schon mehrmals in anderen Fitnessstudios, aber bessere Trainer und eine bessere Betreuung als im MTV hatte ich noch nie. Ich bin nicht sehr talentiert zum Tanzen, aber das ist die erste Sportgruppe, wo ich seit fünf Jahren dabei bleibe, weil es so viel Spaß macht. Musik Also hier gibt es schöne Kletterwände. Musik Ich bin fünf, sechs Mal die Woche hier. Ja, ich würde sagen, das ist mein zweites Zuhause. Musik Nächster Einladung, löse auf, öffne dich. Und aus, ab mit Tauch, ab nach unten, rechts, schüttel. Musik Es ist ein harter Sport, ein gefährlicher Sport. Man muss seinen Trainer komplett auf den Hörn alles beachten, weil es kann auch schnell daneben gehen. Musik Sport und Bewegung von klein bis groß, von gesundheitsorientiert bis leistungsorientiert. Sport oder einfach nur just for fun. Ein breites Angebot in mehr als 20 Abteilungen. Musik Ich bin schon lange hier im Kinderturnen, seit ich klein bin, seit ich drei Jahre alt bin. Und es ist einfach so Heimat, ein Stück Heimat für uns. Musik Ich glaube, hier ist für alle Könnenstufen, für alle Leistungsklassen ist auf jeden Fall viel geboten. Musik Das ist optimal. Nette Leute, schöne Anlage. Und man kann hier auch Pizza essen. Musik Teamsport und Actionsport mag ich total. Wir haben hier unsere großen Freiheiten mit unserem Leichtathletik-Bereich und mit unserem Leichtathletik-Schuppen, der so das Herz dieser Abteilung ist. Mein Sport, mein Verein. Der MTV München. Musik 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 Untertitelung. BR 2018